A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu mafissamawati wa mafissamawati wa mafissardi wa lahu alhamdu fil ahkirah. Wa huwa alhakimul khabir. Alles Lob gebührt Allah, dessen ist, was in den Himmeln und was auf Erden ist. Und sein ist alles Lob im Jenseits. Und er ist der Allweise, der Allkundige. Er weiß, was in die Erde eingeht und was aus ihr hervorkommt und was vom Himmel her niedersteigt und was zu ihm aufsteigt. Und er ist der Barmherzige, der Allverzeihende. Und es sagen diejenigen, die ungläubig sind, wir werden die Stunde nicht erleben. Sprich, ja doch, bei meinem Herrn, dem Kenner des Verborgenen, sie wird gewiss über euch kommen. Nicht einmal das Gewicht eines Stäubchens in den Himmeln oder auf Erden ist vor ihm verborgen. Noch gibt es etwas Kleineres oder Größeres als dieses, das nicht in einem deutlichen Buch stünde. Er belohnt gewiss diejenigen, die glauben und gute Werke tun. Solche sind es, die Vergebung und eine ehrenvolle Versorgung erhalten werden. Und jene aber, die versuchen, unsere Zeichen zu entkräften. Sie sind es, denen eine Strafe schmerzlicher Pein zuteil wird. Und die, denen das Wissen gegeben wurde, sehen, dass das, was dir von deinem Herrn offenbart worden ist, die Wahrheit ist und zum Weg des Allmächtigen, des Preiswürdigen leitet. Und jene, die ungläubig sind, sagen, sollen wir euch einen Mann zeigen, der euch berichtet, ihr würdet, wenn ihr ganz in Stücke zerfallen seid, dann wieder als neue Schöpfung auferstehen? Hat er eine Lüge gegen Allah ersonnen oder ist er ein vom Bahn Besessener? Nein, nicht er, sondern jene, die nicht an das Jenseits glauben, befinden sich in der Pein und im weitgegangenen Irrtum. ! Seid ! . . ! Die Bibel, die Bibel, die Bibel und die Bibel sind, haben sie denn nicht gesehen, was vom Himmel und von der Erde vor ihnen und was hinter ihnen ist? Wenn wir wollten, könnten wir sie in der Erde versinken lassen oder auf sie Brocken vom Himmel fallen lassen. Hierin liegt wahrlich ein Zeichen für jeden Diener, der sich bekehrt. Und wahrlich, wir verliehen David unsere Huld. O ihr Berge, Lob preist mit ihm Allah, und auch ihr Vögel Lob preist ihn. Und schmiegsam machten wir ihm das Eisen. Und wir sprachen Verfertige lange Panzerhemden und füge die Maschen des Kettenwerks fest ineinander. Und verrichtet gute Taten, denn ich sehe alles, was ihr tut. Und Salomon In Salomon machten wir den Wind dienstbar. Sein Heerweg dauerte einen Monat, und sein Hinweg dauerte einen Monat. Und wir verflüssigten ihm eine Metallquelle, und von den Jinn gab es welche, die unter ihm auf Geheiß seines Herrn arbeiteten. Und sollte einer von ihnen sich von unserem Befehl abwenden, so würden wir ihn die Strafe des flammenden Feuers kosten lassen. Und Sie machten für ihn, was er begehrt, und sie machten für ihn, was er begehrt, und sie machten für ihn, was er begehrt. und sie machten für ihn, was er begehrt, und sie machten für ihn, was er begehrt. Und als wir über ihn den Tod verhängt hatten, da zeigte ihnen nichts seinen Tod an, außer einem Tier aus der Erde, das seinen Stock zerfraß. So gewahrten die Jinn deutlich, wie er fiel, sodass sie hätten sie das Verborgene gekannt, nicht so lange in schmählicher Pein hätten bleiben müssen. Es gab wahrlich ein Zeichen für Saba in ihrem Heimatland, zwei Gärten zur Rechten und zur Linken. Esset von den Gaben eures Herrn und seid ihm dankbar. Euer ist eine Stadt, die gut ist und ein Herr, der allverzeihend ist. Jedoch sie kehrten sich ab. Da sandten wir eine reißende Flut gegen sie, und wir gaben ihnen anstelle ihrer Gärten zwei Gärten mit bitterer Frucht und Tamarisken und wenigen Lotusbäumen. Solches gaben wir ihnen zum Lohn für ihre Undankbarkeit, und so belohnen wir keinen anderen als den Undankbaren. Und wir setzten zwischen sie und die Städte, die wir gesegnet hatten, andere hochragende Städte, und wir erleichterten das Reisen zwischen ihnen. Reist zwischen ihnen bei Tag und Nacht in Sicherheit umher. Jedoch sie sagten, Unser Herr, vergrößere die Entfernung zwischen unseren Reisezielen. Und sie sündigten gegen sich selber. So machten wir sie zu abschreckenden Geschichten für die Nachfahren, und wir ließen sie in Stücke zerfallen. Hierin sind wahrlich Zeichen für jeden Geduldigen, Dankbaren. Und Iblis bewies wahrlich die Richtigkeit seiner Meinung von ihnen, und sie folgten ihm mit Ausnahme einer Schar von Gläubigen. Und er hatte keine Macht über sie. Allein wir wollten denjenigen, der ans Jenseits glaubte, vor dem Auszeichnen der Zweifel darüber hegte. Und dein Herr wacht über alle Dinge. Und die Menschen, die Menschen, die sich in der Welt zu vermitteln, aus dem Gott, nicht die Menschen, die Menschen, die sich in der Welt zu vermitteln, in der Welt und in der Welt, und was sie in ihnen von Schüchern, und was sie von ihnen von Schüchern, Sprich, ruft doch jene an, die ihr vermutet neben Allah. Sie haben nicht einmal über das Gewicht eines Stäubchens in den Himmeln oder auf Erden macht, noch haben sie einen Anteil an beiden, noch hat er einen Helfer unter ihnen. S.A. Auch nützt bei ihm keine Fürsprache außer für den, bei dem er es erlaubt, sodass, wenn der Schrecken aus ihren Seelen gewichen ist und sie sagen, was hat euer Herr gesprochen? Sie sagen werden, die Wahrheit. Und er ist der Erhabene, der Große. Sprich, wer gibt euch Nahrung von den Himmeln und der Erde? Sprich, Allah, entweder wir sind oder ihr seid auf dem rechten Weg oder in offenkundigem Irrtum. Sprich, ihr sollt nicht nach unseren Sünden befragt werden, noch werden wir nach dem, was ihr tut, befragt werden. Sprich, unser Herr wird uns alle zusammenbringen, dann wird er zwischen uns in Gerechtigkeit richten. Und er ist der beste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Götter zur Seite gesetzt habt. Nichts, er aber ist Allah, der Allmächtige der Allweise. Und wir haben dich nur als Bringer vor Botschaft und Warner für alle Menschen entsandt. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen erfüllt, wenn ihr wahrhaftig seid? Sprich, euch ist die Frist eines Tages festgesetzt, hinter der ihr weder eine Stunde zurückbleiben, noch ihr vorausgehen könnt. Sprich, ihr sagt, was ihr habt? Und jene, die ungläubig sind, sagen, wir wollen keineswegs an diesen Koran glauben, noch an das, was vor ihm gewesen ist. Und könntest du nur sehen, wie sich die Ungerechten wechselseitig die Schuld zuweisen, wenn sie vor ihren Herrn gestellt werden. Diejenigen, die unterdrückt waren, werden dann zu denen, die hochmütig waren, sagen, wäret ihr nicht gewesen, wären wir ganz gewiss Gläubige geworden. Jene, die hochmütig waren, werden zu denen, die unterdrückt waren, sagen, waren wir es etwa, die euch vom rechten Weg abhielten, nachdem er, der Koran, zu euch gekommen war? Nein, ihr selbst waret die Schuldigen. Und jene, die unterdrückt waren, werden zu denen, die hochmütig waren, sagen, Nein, aber es war euer Ränkeschmieden bei Nacht und Tag, als ihr uns befahlt, nicht an Allah zu glauben und ihm Götter zur Seite zu setzen. Und in ihrem Innern werden sie von Reue erfüllt sein, wenn sie die Strafe sehen, und wir werden fesseln, um die Nacken derer legen, die ungläubig waren. Sie werden nur für das entlohnt werden, was sie getan haben. Und wir entsandten zu keiner Stadt einen Warner, ohne dass die, die darin ein Leben in Wohlstand führten, gesprochen hätten. Gewiss, wir leugnen das, womit ihr gesandt worden seid. Und sie sagten, Wir haben mehr Güter und Kinder als ihr, und wir werden nicht bestraft werden. Sprich, Wahrlich, Mein Herr erweitert und beschränkt dem die Mittel zum Unterhalt, dem er will. Jedoch die meisten Menschen wissen es nicht. Und sie werden nicht bestraft werden. Und es ist weder euer Gut, noch sind es eure Kinder, die euch uns nahe bringen werden, die aber, die glauben und gute Werke tun. Denn sie sollen den zweifachen Lohn für das, was sie getan haben, erhalten. Und in den Obergemächern des Paradieses werden sie sicher wohnen. Doch jene, die versuchen, unsere Zeichen zu entkräften. Sie sind es, die der Strafe zugeführt werden. Und es ist, die der Strafe zugeführt werden. Sprich, wahrlich, mein Herr erweitert und beschränkt dem von seinen Dienern die Mittel zum Unterhalt, dem er will. Und was immer ihr spendet, er wird es ersetzen. Und er ist der beste Versorger. Und am Tage, wo er sie alle versammeln und dann zu den Engeln sprechen wird, sind diese es, die euch dienten? Werden sie sagen, preis sei dir. Dich haben wir zum Beschützer, nicht sie. Nein, sie dienten den Jinn. An sie haben die meisten von ihnen geglaubt. So sollt ihr heute einander weder nützen noch schaden können. Und zu denen, die frevelten, werden wir sprechen, kostet die Strafe des Feuers, die ihr zu leugnen pflegtet. Und zu denen, wenn sie auf ihnen geschrieben haben, sie sagen, sie sagen, sie sagen, sie sagen, Das war's für heute. Und wenn ihnen unsere deutlichen Verse verlesen werden, sagen sie, dieser ist nichts weiter als ein Mann, der euch von dem abwenden möchte, was eure Väter verehrten. Und sie sagen, dieser Koran ist nichts anderes als eine erdichtete Lüge. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen von der Wahrheit, wenn sie zu ihnen kommt, das ist nichts als eine offen, kundige Zauberei. Und wir gaben ihnen keine Bücher, die sie hätten studieren können, noch sandten wir ihnen einen wahrener vor dir. Und diejenigen, die vor ihnen waren, leugneten ebenfalls. Und diese haben nicht den zehnten Teil von dem erreicht, was wir jenen gegeben hatten, und sie bezichtigten meine Gesandten der Lüge. Doch wie war die Folge davon, dass sie mich verleugneten? ! ! Surah Al-Fatihah Sprich, ich mahne euch nur an eins, dass ihr euch ernsthaft mit Allahs Sache zu zweit oder einzeln befasst und dann nachdenken sollt. Es ist in eurem Gefährten, dem Propheten, keine Besessenheit. Er ist für euch nur ein Warner vor einer bevorstehenden strengen Strafe. Sprich, ich habe von euch keinen Lohn verlangt, denn dieser Lohn kommt euch zugute. Mein Lohn ist allein bei Allah und er ist der Zeuge aller Dinge. Sprich, wahrlich, mein Herr, der Kenner des Verborgenen, schleudert euch die Wahrheit entgegen. Sprich, die Wahrheit ist gekommen und das Falsche kann weder etwas erschaffen noch etwas zurückbringen. Sprich, wenn ich irre, so irre nur ich selbst. Und wenn ich rechtgeleitet bin, so geschieht es durch das, was mein Herr mir offenbart hat. Wahrlich, er ist der Allhörende der Nahe. Könntest du nur sehen, wie sie mit Furcht geschlagen sein werden, dann wird es für sie kein Entrinnen geben, denn sie werden aus nächster Nähe erfasst werden. Und sie werden sagen, nun glauben wir daran. Allein, wie kann das Erlangen des Glaubens ihnen an einem so fernen Ort möglich sein? Wenn sie zuvor nicht daran geglaubt haben und sie äußern Mutmaßungen von einem fernen Ort aus. Und ein Abgrund ist zwischen ihnen und ihren Begierden aufgerissen worden, wie es ihresgleichen schon zuvor wieder fuhr. Auch sie befanden sich in beunruhigendem Zweifel.